hallo ich begrüße euch zu einem neuen video von mir heute werden wir mal die capri sonne probieren und zwar cola mix ja dummerweise ist das paket schon auf und es fehlt auch schon ein paket meine tochter war leider schneller gut lässt sich nun nicht ändern das paket hat 249 gekostet bei wicklo und wir schauen uns mal die nährwert tabelle an ich hoffe ihr konntet lesen naja obwohl gut ich will es dann nachher noch mal vor und so sehen nun diese packungen aus die capri sonne cola mix das ganze ist koffeinfrei zitronenlimonade mit cola ohne kohlensäure zutaten stehen natürlich da so gut drauf so gut lesen kann wasser zucker säuerungsmittel was steht da noch drauf das blendet dermaßen im licht zitronensäure farbstoff e 150 d antifunktionsmittel und in asko askorbinsäure und natürliche aromen glückose fruchtsaft und fett unter ein gramm unter 0,1 gramm viel fett dürfte da auch nicht drin sein jetzt wollen wir es mal aufmachen und probieren also hier sticht man dann rein und dann kleckert man auch noch ja also es schmeckt nicht richtig nach cola also cola schmeckt man schon raus bloß man schmeckt natürlich auch die zitrone die schmeckt man auch raus das ist so ein süß saurer leichter zitronengeschmack ihr müsst euch das ungefähr so vorstellen als wenn ihr in eure cola einfach zitronen sprudel rein kippt so ungefähr schmeckt die capri sonne so das war nun das video ich hoffe es hat euch mal wieder gefallen wenn ihr wollt könnt ihr mich ja abonnieren ihr könnt auch auf meinen zweiten kanal mal vorbeischauen das war es jetzt erstmal mit dem video und ich sage tschüss bis zum nächsten mal lasst euch überraschen was dann drankommt und ciao